so einfach in den Tod nicht hey da ist er halte ein Maul ich hoffe ich habe keiner gehört ich glaube die Tüten erkennt erkennt gleich jemand ja mannenskopp die falls auch nicht sowas und das herz die die gegenseitig ja von wo kommen jetzt einfach ja ja hier ist nicht so professionell aber das machen du kannst nirgendwo hin los ich habe die Frage auf die scheiß da ist der Flugzeug Magazin leer Oh zum Glück und das obwohl ich geil mit der Tastatur und Maus umgehen kann jetzt hat man die Frage ob hier noch welche sind ich glaube schon aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher achso wir sind in dem Haus dann wahrscheinlich drin hoffe ich mal weil ansonsten haben wir ein klitzekleines Problemchen in das Haus müssen wir so glaube ich rein ja wo seid ihr denn ich glaube ich weiß wo die sind ich glaube ich weiß wo die sind aber wir gehen da nicht rein ach so ja die wird hier im Haus ja nein auf keinen Fall wir bleiben hier die ist verschlossen also nicht verschlossen aber wenn wir da reingeht ist sie schuld da werden wir unsere Nase nicht reinstecken hast du gehört Wir machen dich fertig Fischer das passt das wird immer der ich seh dich Fischer mach doch hin wo ein bisschen wo ist er geht doch das probiere ich nicht mal nö aber egal es auch so geschafft hat von daher ich weiß nicht so die größte Aufgabe ein paar schwierige Aufgaben gibt es noch jetzt kommen die Leute schon wieder oder ne ich glaube jetzt kann ich da einfach durchlaufen ich hoffe mal ich kann das mal hier irgendwo zu machen oh nein jetzt kommt das gute Arbeit Sam oh shit und jetzt zu meinem Auto es steht vor dem Tor etwas abseits doch so kommst du nicht weit was hast du mir nicht gesagt es gibt eine Satellitenschüssel mit einer Verbindung zu einem privaten Spionageflugzeug setzt sie vier ein und schalte sie aus ich dachte dein Auto sei sauber naja das ist es auch aber wenn sie dich sehen können hilft dir das auch nicht weiter denk mal drüber nach ob du mir nicht noch was verschwiegen hast ich weiß nicht ob ich ihn so ausschalten kann ich weiß dass du hier bist wir brauchen Licht beim Landetat schafft Notbeleuchtung an dann klicken wir mal ein bisschen das ist er bestimmt wenn du nicht langsam mal suchst er kann sich nicht ewig verstecken auch doch oh hier sind zwei gib auf ich weiß dass du hier bist da kann ich ja noch ausgehen das ist doch irgendwie ein bisschen doof kein Kontakt nichts gefunden bleib trotzdem wachsam obwohl er wissen schon dass ich hier bin das ist auch noch eine ach du scheiße wie viele kam raus bevor ich richtig sauer werde hast du gehört geht jetzt weg woher wenn du denkst du könntest dich auch ich hatte dich getäuscht der flugplatz ist zu klein dafür der flugplatz ist groß genug hinter mir welcher Scheiß ich weiß nicht ob ich jetzt verstecken wenn es sei muss die unterbäsche kommt verdammt verdammt opf ach Mist denn da ist so weiche ein vorstoßen und den kerl erledigen los bewegung ihr penner ich will verrückt ich will verrückt ich will sagen schnapp ihn dir gib auf Wartung ich weiß nicht dass du gehörst das hat mich drauf hast du gehört scheiße ich glaub das war es ja verdammt keine gute Idee hm wie machen wir das selbst am besten das gar nicht mal so einfach wie gedacht hab warte wir könnten jetzt einfach so einmarschieren und und jetzt zu meinem auto es steht vor dem tor etwas abseits doch so kommst du nicht weit was hast du mir nicht gesagt es gibt eine satellitenschüssel mit einer verbindung zu einem privaten spionageflugzeug setzt sie vier ein und schalte sie aus ich dachte dein auto sei sauber naja das ist es auch aber wenn sie dich sehen können hilft dir das auch nicht weiter denk mal drüber nach ob du mir nicht noch was verschwiegen hast das hier ist nicht länger ein öffentlicher flugplatz jetzt komm raus cool bleiben helft dir irgendwo ja das stimmt wohl wenn du raus kommst bleibst du vielleicht am leben komm raus nichts neues zu melden entwarnung bleibt trotzdem in bereitschaft gib auf ich weiß dass du hier irgendwo bist sag mir wie mutig du bist komm raus oh scheiße irgendwann mach den fehler dann schaffen wir ihn wer das auch immer war ich finde ihn oh ich hab keine zeit für spielchen komm raus oh shit oh shit 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 jetzt haben wir ihn gesehen hier ich finde denjenigen ich finde denjenigen ich habe nur keine Ahnung die anderen sind wie immer halt nein du sollst in Richtung gehen ja ich weiß gar nicht wo man lang gehen kann ohne halt irgendwie von irgendwelchen hier nicht ich bin hier ich bin hier lass mich nicht nach dir suchen müssen wenn wir könnten oh scheiße ne wir gehen mal raus keine Sorge kumpel ich finde denjenigen der das gemacht hat ok da wurde mal gefunden hey du Superheld komm raus ich weiß dass du hier willst ich hab ihn verloren wo ist der oh komm raus du Feitling Ich drehe hier, wenn es nötig ist, jeden beschissenen Stein um. Cabin verloren. Wo ist er hin? Du kommst jetzt besser raus, sonst werde ich sauer. Wenn du denkst, du könntest dich verstecken, hast du dich getäuscht. Der Flugplatz ist zu klein dafür. Der war schön. Boah, ich hab echt... Boah. Das sind einfach zu viele. Verdammt! Was? Wer hat hier wegen gesehen? Dafür wird jemand umgelegt, das schwöre ich. Wenn ich ihn... Das war... ...durch suche ich den ganzen scheiß Flugplatz. Wenn du dich noch länger versteckst, werde ich richtig sauer. Falls dir das entgangen sein sollte, das hier ist nicht länger ein öffentlicher Flugplatz. Jetzt komm raus! Sehr gut. Ich weiß, dass du hier bist. Komm raus! Das ist Privatgelände! Mal gucken, was wenkli... Die Nummer läuft nicht mal an. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ja, hinter dir. Nicht, wenn ich dich kriege, dreh dich dir in den Arsch! Ja. Wenn ich nicht, wenn ich dich feuern in den Arsch trete. Sei nicht feige! Komm endlich raus! Komm, ich weiß, dass du da bist! Komm raus! So'n Dreck! Komm reinziehen, Fischer! Was? Ey, nee, ne, kann dir nicht sein, ich hab C gedrückt und der macht einfach nichts. Mein Gott. Okay, ist doch euer. Nein. Ja doch. Ach, egal. Och, nö, soll nicht alles in von... Och, ey, nehm mich doch am Arsch, ey. Gute Arbeit, Sam. Und jetzt zu meinem Auto. Gute Arbeit, ja. Es steht vor dem Tor, etwas abseits. Doch so kommst du nicht weit. Was hast du mir nicht gesagt? Es gibt eine Satellitenschüssel mit einer Verbindung zu einem privaten Spionageflugzeug. Setzt sie vier ein und schalte sie aus. Ich dachte, dein Auto sei sauber. Naja, das ist es auch. Aber wenn sie dich sehen können, hilft dir das auch nicht weiter. Denk mal drüber nach, ob du mir nicht noch was verschwiegen hast. Zu einer Frage der Zeit! Ich werde den Typen finden und dann bezahlt er dafür. Das schwöre ich dir. Wir müssen den finden, der das gemacht hat, sonst gibt's Tote. Okay, die hauen ab. Aber was heißt so ein Abtie? Ich kann den Grund für die Störung nicht finden. Halte die Augen offen, falls nochmal was passiert. Da ist einer. Und da. Ich werde dich finden, du Schwein. Habt du gehört? Seid vorsichtig. Wir können hier nicht einfach so hochwahlern. Komm raus, du Feitling. Ich drehe hier, wenn's nötig ist, jeden beschissenen Stein um. Bleibt wachsam. Dann kriegen wir ihn. Au! Komm raus, bevor ich richtig sauer werde. Hast du gehört? Halte die Augen offen. Der kommt schon noch. Wenn du denkst, du könntest dich verstecken, hast du dich getäuscht. Der Flugplatz ist so klein dafür. Sorry, dass ich gerade ein bisschen leise bin, aber ich muss mich hier gerade ein bisschen konzentrieren. Ja, ist doch verarschend, man. Das kann doch gar nicht sein. Ich bin im Dunkeln, den decken nicht. Ja, ist klar. Ey, so... So ein Scheiß, ey. Das kann ich mir auf dem Level schon gespielt haben. Ich bin noch nie so aufragiert. Und jetzt zu meinem Auto. Es steht vor dem Tor, etwas abseits. Doch so kommst du nicht weit. Was hast du mir nicht gesagt? Es gibt eine Satellitenschüssel mit einer Verbindung zu einem privaten Spionageflugzeug. Setzt sie vier ein und schalte sie aus. Ich dachte, dein Auto sei sauber. Naja, das ist es auch. Aber wenn sie dich sehen können, hilft dir das auch nicht weiter. Denk mal drüber nach, ob du mir nicht noch was verschwiegen hast. Und wir müssen den Flugplatz absuchen. Komm raus! Komm raus! Komm raus! Vielen Dank.